Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe wieder ein paar richtig geile Informationen für euch. Ich versuche mir mal anzugewöhnen, hier auf der rechten Seite von euch gesehen reinzuschreiben, um was es so geht, damit ich das nicht vorher schon ein, zwei Minuten so ein bisschen anteaser, dass die Videos nicht so ganz in die Länge gezogen werden. Ihr seht, um was es geht. Ich fange am besten mal mit dem Cheaten an. Das ist der absolute Wahnsinn. Als erstes hat sich ein Respawn-Mitarbeiter via Twitter zu Wort gemeldet. Das ist so eine Art Sicherheitsonkel bei Respawn. Der hat etwas gepostet, das fand ich mega geil, ein paar Tage alt. Am 12. Oktober hat er das gepostet und die haben mal wieder einige Leute gebannt. Und ich möchte euch gleich mal erzählen, was alles zum Cheaten gehört und wofür man alles gebannt werden kann. Selbst das Boosten gehört dazu. Ich sage euch gleich, was damit gemeint ist. Auf jeden Fall wurden vor kurzem über 200 Cheater gebannt. Ich gehe mal davon aus, dass das eher PC-Natur ist. Aber das Boosten. Es gibt einige, die das auf sämtlichen Plattformen benutzen. Das Boosten ist nichts anderes. Es gibt zwei Arten von... Am besten erkläre ich euch das mit einer 20-Bomb oder mit dem 4K-Hammer mit 4000 Schaden. Man kann theoretisch mit ein paar befreundeten Mates zeitgleich versuchen, in eine Runde zu kommen. Die Mates müssen natürlich die Gegner sein. Ihr trefft euch an einem bestimmten Spot. Dort schießt ihr euch gegenseitig die ganze Zeit runter. Hebt euch wieder hoch, runterschießen und so weiter. Bis ihr zum Beispiel den 4K-Hammer voll habt. Es gibt aber auch noch eine Bezahlvariante und das gilt auch dazu. Du kannst dafür gebannt werden. Und ich finde völlig zu Recht, ich weiß nicht, wie man so einen schwachsinnigen Dienst anbieten kann, für Geld oder Geld dafür zu nehmen oder überhaupt dafür zu bezahlen, dass du einen 4K-Hammer bekommst. Du bezahlst quasi 30, 40, 50 Euro, Dollar, keine Ahnung, an jemanden. Dann gibst du deine Daten weiter. Der erspielt für dich den 4K-Hammer, die 20-Bomb oder keine Ahnung, was du nicht alles erreichen willst. So eine Dienste gibt es tatsächlich. Krieg das Respawn raus, kannst du dafür gebannt werden. Und das ist nicht mal eben nur eine Woche. Da bist du permanent gebannt, was ich völlig korrekt finde. Ich weiß auch nicht, warum man sich sowas erkauft oder auch diesen 4K-Hammer so schlecht erspielt, dass man sagt, man trifft sich mit Leuten irgendwo abgelegen auf der Karte und muss sich das so erspielen. Weil im Endeffekt, was bringt dir diese Badget, wenn du die schlechteste Null der Welt bist, hast du einen 20K, eine 20K-Bomb oder einen 4K-Hammer und trotzdem hauen dir die Leute die ganze Zeit die Kugeln um die Ohren und du kriegst sowieso nur vorne einen Latz. Da bist du der schlechteste Spieler der Welt mit so einer Badget. Von daher sollte man überlegen, ob man für so eine Dienste bezahlt. Ich finde das eh absolut eklig. Das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, ich kriege wieder wahrscheinlich tausende Daumen runter für meine ehrliche Meinung. Bin ich aber auch ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Weil Cheaten gehört sich einfach nicht. Punkt. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Zieht euch diese Informationen rein. Das fand ich der absolute Wahnsinn. Es gibt auf der Playstation 4 eine Gruppe von 15 Spielern. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, bin ich mir relativ sicher. Der selbe Mensch, der hier gerade das mit der Bannwelle erzählt hat von den 200 Cheatern, haut einen Tweet in Richtung der 15 Spieler raus, die im hohen Ranked eine Weile lang extrem viel geteamt haben. Teaming zählt ebenfalls zum Cheaten und wird bestraft. Teaming ist aktuell extrem verbreitet. In Apex Legends hört auf zu teamen. Ihr könnt dafür gebannt werden. Irgendwie kriegt das Respawn raus. Keine Ahnung. Man kann glaube ich auch Clips einsenden. Wie lange, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er hier geschrieben. Speziell an die 15 Leute. Da zieht euch das rein. 15 Leute, die versuchen zeitgleich in eine Ranked Lobby zu kommen. Und nehmen da die ganzen Gegner auseinander. Und die letzten 15 versuchen sich. 3, 6, 9, 12, 15. Das sind 5 Teams, die dann zum Schluss irgendwo darum kämpfen, wer Platz 1 ist oder Platz 2. Wie auch immer. Und gibt den Wink. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen. Mit einem kleinen Hammer. Und der Hammer bedeutet nichts anderes als ein Bannhammer. Mega, mega interessant. Und ich finde es völlig korrekt, dass dagegen vorgegangen wird. Jetzt möchte ich mal zur neuen Waffe kommen, die voraussichtlich in Season. 7 dazu kommt. Und zwar ist es der Combine Bow. Wie der genau heißen wird, weiß ich noch nicht. Heißen wird, weiß ich noch nicht. Ich habe euch schon mal die Munitionsart gezeigt. Die gibt es schon seit Monaten. Gibt es diese Sachen in den Quellcodes. Was jetzt aber viel interessanter ist. Moment, genau. Ich lasse es einfach mal eingeblendet. Rechts seht ihr die Munition schon auf dem Boden liegen. Wurde mal wieder in einem Deathstream gezeigt. Das wird mittlerweile Absicht sein. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Was aber interessant an der ganzen Geschichte ist. Dass es wohl verschiedene Pfeilarten gibt. Es ist noch nichts darüber bekannt, was die verschiedenen Pfeilarten können. Ich gehe aber mal davon aus, dass die einen gewissen Buff in sich tragen. Wenn du eine bestimmte Art von Pfeile hast und triffst einen Gegner. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht 5 Sekunden langsamer läuft. Oder die zweite Pfeilart Schaden über Zeit bekommt. Als würdest du zum Beispiel eine Thermitgranate abkriegen. Das sind jetzt so ungefähr meine Vorstellungen von zwei verschiedenen Pfeilarten. Des Weiteren gibt es noch die Winchester 3030. Die gehört zu den ganz normalen, wie die 301 und die Flatline, die Waffenart. Ist aber eigentlich eher so eine Art Gewehr, Shotgun. Ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, wie sich das nennt. Da bin ich mal gespannt. Also ganz 100% sicher ist natürlich noch nicht, was in Season 7 für eine Waffe kommen wird. Und jetzt möchte ich über den Winter Express Modus reden. Da hat bei Biased12... Mensch, ich habe so eine Probleme, diesen Namen auszusprechen. Der hat etwas gepostet. Das ist ein Dataminer für die Leute, die den nicht kennen. Und der hat gesagt, dass für den Winter Express Modus der anscheinend zu Weihnachten wiederkommen wird. Kennen wir schon aus 2019. Einer der beliebtesten Modi im gesamten Spiel. Kann ich nur bestätigen. Ich habe den absolut gefeiert. Der meinte, dass eine fünfte Station zu diesem Modus hinzugefügt wurde. Wer letztes Jahr zu Weihnachten Apex noch nicht gezockt hat, auf dem World's Edge. Den Zug dürften alle kennen. Gab es einen speziellen Modus. Und da gab es den Zug, der ist vier Stationen gefahren. Und nach jeder Station bist du gerespawnt und konntest da absolut rumballern. Das hat mega Bock gemacht. Und es wird eine fünfte Station hinzugefügt. Es kann sogar sein, dass dieser Modus vielleicht sogar auf Olympus stattfindet. Dafür gibt es nicht viele Beweise. Es gibt aber Bilder, die ich jetzt aber hier leider nicht vorbereitet habe von Olympus. Wo man auch so eine Art Schwebebahn wie auf dem World's Edge eben sieht. Das könnte tatsächlich sein, dass wir auf der neuen Map Olympus auch so eine Art Zug oder Gleisen hat. Keine Ahnung. So genau weiß ich das jetzt gar nicht. Aber es gibt ein Bild, das habe ich gesehen. Dort siehst du so eine Art Schwebebahn. Und das könnte tatsächlich deswegen so sein. So, bevor ich mich jetzt hier völlig verquatsche, kommen wir zum eventuellen Solo-Modus. Solo-Modus könnte in Arbeit sein. Dieser Quellcode lässt darauf hoffen, dass das der Fall ist. Wir sehen hier auch Quellcode-Fetzen, die relativ neu sind. Hier steht einmal Match Team Fill. Das bedeutet nichts anderes, als wenn ihr in dem Auswahlmodus für eure Legenden seid, dass einmal das Squad gefüllt wird. Quasi mit Randoms oder mit deinen Teammates oder, oder, oder. Und die zweite Option, Match Team No Fill, bedeutet einfach, dass das Squad nicht aufgefüllt wird. Und das kann Aufschluss darauf geben, dass jetzt endlich mal ein Solo-Modus in Arbeit ist. Ich würde mich freuen, ich weiß, Respawn hat sich darüber vor Monaten schon negativ geäußert, dass es wohl nicht gedacht ist oder angedacht ist, jemals einen Solo-Modus ins Spiel zu bringen. Ich verstehe die Argumentation, finde es aber trotzdem Käse. Egal, möchte ich nicht weiter darauf eingehen. Ich bin echt gespannt. Ich würde mich trotzdem immer noch über den Solo-Modus freuen. Und für mich zählt einfach dieses Jahr, das ist die Legenden-Fähigkeiten bauen aufeinander auf. Und die Legenden werden sonst bestimmte Fähigkeiten nutzlos. Das ist für mich keine Argumentation. Wenn ich allein spielen will, will ich alleine spielen. Da interessieren mich die Argumente nicht. Und es gibt viele, die den Solo-Modus feiern wollen, feiern würden. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Das ist wahrscheinlich für alle am interessantesten. Diesen Post, da hat mich ein Abonnent namens Robert dran oder draufgebracht. Vielen Dank nochmal für diese Informationen. Eine Quelle, die ich vorher nicht kannte, ist aber eine sehr bekannte Apex Legends Champions Club. Nennt sich dieser YouTube-Kanal mit über 24 Millionen Aufrufen schon. Die zeigen eigentlich sowas wie Best-ofs. Da kannst du deine Clips hinschicken, die zeigen die. Und die geben immer mal so kleine versteckte Leaks, wie das zum Beispiel. Und das soll wohl sehr häufig so sein, dass das, was die an Leaks zeigen, immer nur in einem kleinen kurzen Bild, dass es tatsächlich so kommt. Und ich habe von den ganzen großen Dataminern wie Shrugtor, Dead One Mining Guy und High Loot Games und wie sie alle heißen oder BIAS 12, habe ich darüber noch nicht sprechen hören. Dieses Schild nennt sich Regenerationsschild. Und was heißt nichts anderes als, dass sich über Zeit das Schild selber wieder heilt. Wie gesagt, um die Echtheit kann ich noch nichts hundertprozentig sagen. Es ist halt wie jedes andere Video, was ich oft mache, nur ein Leak, nur irgendwo vielleicht sogar ein Gerücht. Aber das Bild sieht echt verdammt gut gemacht aus. Kann eine Fotomontage sein, keine Ahnung. Natürlich, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Aber wie gesagt, die Seite soll wohl immer sehr, sehr zuverlässig gewesen sein. Und vor allem passt dieses neue Schild zum aktuellen Limited Time Mode, wo wir uns selbstständig heilen, Schild und ganz normale Lebenspunkte. Könnte vielleicht sein, dass das Aufschluss auf den Arena Modus gibt. Das vielleicht, habe ich ja letztens erst darüber gesprochen, einen Arena Modus, wo wir einen kleinen begrenzten Bereich, wie zum Beispiel Skulltown haben. Wo wir unsere Runden im Team Deathmatch Manier vielleicht bestreiten. Und dieses Schild könnte eventuell ein Arena Exklusiv Schild sein, was wir nur im Arena Modus finden. Und dort regenerierst du dann eben über Zeit die ganze Zeit dein Schild, wenn du nicht im Trouble bist. Das ist so die Vermutung dahinter. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich möchte das nochmal betonen. Das sind Leaks, Vermutungen, nichts muss so sein. Und ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von den Informationen haltet. Würdet ihr das gut finden, würdet ihr das scheiße finden und so weiter. Wie immer den Video einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und weniger als 70 Abonnenten zur 10.000. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich unterstützt. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und einen schönen Start in die neue Woche. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.